Das ist nur wirklich das, was man jetzt gebrauchen kann in der Zeit. Eine schöne Rose, die auch noch duftet, aber kein Covid und kein Corona und keine Pandemie. Das brauchen wir so dringend wie eine dritte Schulter, nämlich gar nicht. Sie als Fachhändler, Fachinzelhändler besuchen uns hier auf Fashion123, weil sie Großhändler suchen und sich vorbereiten auf die nächste Zeit. Wir hoffen, dass die Krise bald überwunden ist und dass dieser komische Virus, der uns alle hemmt, auch beim Arbeiten, nicht wieder auftritt. Sie haben aber die Möglichkeit, sich vorzubereiten und wir können Sie dabei unterstützen. Sollte so etwas, was jetzt passiert ist, zwischen März und April und auch noch weiterhin läuft, wieder auftauchen, können Sie vorbereitet sein, indem Sie online arbeiten. Vorbereiten können Sie sich mit einem Online-Shop von Fashionpower. Die können nämlich mit den Großhandelsshops verbunden werden. Das heißt, Sie haben weniger Arbeit. Sie loggen sich beim Großhändler ein und klicken auf Copy und haben die Bilder und die Beschreibung bei sich im Online-Shop. Einfach. Wenn Sie weitere Informationen brauchen zu dem Online-Shop oder zu dem System B2C, also an den Endkunden verkaufen, hier unten sind noch zwei oder drei oder vier Knöpfe. Da sind Videos hinterlegt, wo Sie sich sachkundig machen können, wie es technisch funktioniert. Natürlich bei Fragen sowieso uns immer kontaktieren. Wir unterstützen Sie auch insoweit, dass wir den Shop schon fast fertig an Sie übergeben. Klar muss noch Ihr Text rein, Ihr Logo muss eingebunden werden, aber das können wir telefonisch klären. Das heißt also, Sie bekommen ein Shop-System mit Datenschutzerklärung, mit fertigen Impressoren, mit Widerspruchsbelehrungen. Natürlich ohne Cookies. Die Cookie-Meldung ist bei uns ausgeschaltet, weil wir einfach nicht mit Cookies arbeiten. Cookie-free arbeiten wir. Wir arbeiten mit einer Session-ID. Das heißt also, dieses lästige Anklicken des Banners, des Cookie-Banners, wo man was akzeptieren muss, das fällt dann bei unseren Shops sowieso weg. Also bei den Großhandels-Shops und bei den Einzelhandels-Shops auch. Und dementsprechend ist das Ganze wesentlich leichter zu bedienen. Auch für den Besucher natürlich. Es gibt diesen Online-Shop in zwei Variationen und wir bieten den an, auch mit einer Auftragsbearbeitung, einer sogenannten Fakturierung. Sie können aus dem System raus aus einer Bestellung einen Auftrag machen, eine Rechnung schreiben, dann per E-Mail, PDF-Anhang versenden. Und der Kunde kann natürlich dann auch per Paypal bezahlen beispielsweise. Die Paypal-Schnittstelle ist dabei obligatorisch, Rechnungswesen ist integriert, Videobearbeitung. Sie können zu jedem Artikel ein Video hochladen und das anstelle des Produktbildes für den Kunden bereitstellen. Aber da reden wir dann später drüber, wenn Sie mich angerufen haben, wenn Sie weitere Fragen haben. Mieten Sie einen Online-Shop und informieren Sie Ihre Kunden, die jetzt so langsam wieder zu Ihnen kommen, auch online. Und versuchen Sie dieses Standbein für sich zu erkennen und zu nutzen. Wir unterstützen Sie gerne. Mein Name ist Andreas Müller von www.fashion123.de oder der Plattform für den Einzelhandel www.fashion-power.de. Rufen Sie mich gerne an unter 021 50 60 99 800. Für Sie immer da, auch per E-Mail, vertrieb at fashion123.de. Viel Erfolg! Zu viel! oko! 10 Grad! 10 Grad lira! 50 % 600 Fr! 5-かった!